Wie benenne ich mich auf Shakespeare um? Häufig gestellte Frage, selten gegebene Antwort. So, heute werdet ihr es erfahren. Ganz einfach, klickt auf Support. Dort Name im Spiel, E-Mail-Adresse, gewicht schnell ein, hab ich vergessen, glaub ich. Adweb.de Ähm, ja. Vor- und Nachname Max. Ist eigentlich, glaub ich, egal. Moster-Mann. Ähm, Kategorie Sonstiges. Und dann weitere Infos. Dort gebt ihr Account-Namen, Account, Umbenennung, Spiel. Aktuelle Account-Name und gewünschte Account-Name und danach ein Leerzeichen. Und dann gebt ihr euren aktuellen Spiel-Namen ein, also Chip, ich nenn mich hier auf Server 19 um. Ähm, gewünschter Account-Name MMO-Chip. Und dann schickt man die Anfrage ab. Ganz einfach. Und ja, wir werden diese so schnell wie möglich beantworten. Bitte schickt uns keine weitere Nachricht zu diesem Thema, da die Bearbeitung verzögern kann. So, einfach schließen. Und dann kann man zwei, drei Stunden warten. Dann ist es fertig. Und ja, also in meinem nächsten Video werdet ihr dann ja sehen, ob ich, wie es geklappt hat, dass ich mich umbenannt habe. Und das Ganze gibt es natürlich im Forum nachzulesen, wenn ihr euch das nicht gemerkt könnt. Boah, laber, laber, wenn ihr euch das nicht merken könnt. Einfach auf Suchfunktion klicken. Schlüsselworte. Namen ändern. Ich weiß nicht, ob man das erlösen muss, aber Deutschland hat meiner Meinung nach 16 Bundesländer. Suchen. Wie ändere ich meinen Account-Namen, meinen Gildennamen? Da steht nochmal alles. Ähm, ähm, drei bis 15 Zeichen. Sonderzeichen dann hier das Kopieren. Da Account-Umbenennung im Spiel, Gilden-Umbenennung, aktueller Gildenname und so weiter. Ähm, und im Forum geht's auch. Und Account und, ja, Account und Gilden-Umbenennungen können sich nur, kann man nur einmal machen. Und, jo, also das wär's jetzt eigentlich auch schon fast mal wieder. Ähm, dann grade ich mich einfach noch ein bisschen ab. Und, ähm, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr die Info auch gut gebrauchen könnt. Und wenn ihr einfach meinen Kanal gut findet, dann schreibt's doch in die Kommentare. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.